hallo ihr lieben und willkommen zur dritten raunacht ja gleichzeitig mit der dritten raunacht beginnt die neuen mayawelle die ihre eigenen botschaften habt da bekommt ihr ein eigenes video von mir und was ist das so wichtig um mal auf die maya energie einzugehen da gehen wir in luftenergie die jetzt mit dabei ist und wir haben heute eine tagesenergie für den 27 dezember also für die dritte raunacht die für den märz 2022 steht wo es um einheit geht auch um neu beginnen die quelle auch der ursprung samensehen die absicht die wir hinaus strahlen wahrhaftigkeit und auch wo wir wichtig ist und nebensächliches unterscheiden das wird hier besonders wichtig für die raunacht was schauen wir uns da heute an da gehen wir ganz in die spiritualität wir schauen uns die priesterin in dir an wenn du dich fragst wo die priesterin wo steckt eine priesterin in dir ja eine priesterin steckt in dir denn es geht um deine spiritualität auf der einen seite wie lebst du sie wie teilst du sie mit anderen und was hat es da alles auf sich damit wir schauen da so alle hand an und wir gehen dann auch noch ja in ein kleines herzöffnungs ritual beziehungsweise du bekommst eine affirmation mit an die hand die du verwenden darfst vielleicht bist du mir schon die letzten zwei tage gefolgt mit den videos wenn nicht dann solltest du die vielleicht noch anschauen weil so eines auf das andere aufbaut und da alles in resonanz geht mit den themen die wir uns anschauen wir tauchen wieder ein in die märchenwelt wir kitzeln wieder ein bisschen heraus was die märchenwelt uns zeigen möchte was das auch mit der spiritualität zu tun hat mit der gesellschaft zu tun hat und mit all den dingen und ich möchte euch da gar nicht lange auf die folter spannen wir tauchen ein in die märchenwelt und gehen dann über wie in den letzten zwei tagen in all die anderen themen die noch kommen es war einmal eine witwe diese witwe sie hatte zwei töchter die eine war sehr schön und fleißig und die andere sie war hässlich und faul die hässlich und faule das war ihre leibliche tochter die hatte sie viel viel lieber und das andere das stiefkind ja sie musste wie aschen puddel im haushalt alles tun sie musste auch täglich auf die straße sich an den brunnen setzen dort ganz viel spinnen so lange bis ihr wirklich das blut aus den fingern sprang den einen tag da war es wieder so schlimm dass die finger ganz wund waren sehr blutig und sie wollte die spule einfach im brunnen abwaschen damit das blut nicht auf den faden überging die spule aber sie fiel aus der hand sie fiel in den brunnen hinein und sie weinte ganz arg sie ging nach hause lief zur stiefmutter und erzählte ihr das unglück sie war so verzweifelt und die stiefmutter war so unbarmherzig sie sagte ihr wenn du die spule hineinfallen lässt so musst du sie auch wieder herausholen das mädchen ging pflichtbewusst zum brunnen zurück wusste nicht wie es anfangen sollte und voller angst aber doch willens die spule zu holen sprang es in den brunnen hinein es verlor die besinnung und als es wach wurde und wieder zu sich kam was auf einer schönen wiese die sonne schien und viele wunderbare blumen waren auf der wiese sie lief die wiese entlang kam zu einem backofen das voll war mit brot das brot rief ziemlich raus ziemlich raus sonst verbrenn ich ich bin schon längst ausgebacken da trat das mädchen hin holte den brotschieber und holte ein brot nach dem anderen heraus es ging weiter und kam an einem baum vorbei der hing voll mit äpfeln und dieser baum rief ihr zu ach schüttel mich schüttel mich ich bin so voll mit äpfel und sie sind alle reif es schüttelte den baum so dass alle äpfel herab fielen es war wie regen ein apfel regen es schüttelte und schüttelte es hat an den ganzen haufen zusammen geschoben und als fertig pflichtbewusst mit der arbeit war ging es weiter es kam an einem haus an und dort schaute eine alte frau heraus sie hatte sehr große zähne und das mädchen hatte angst es wollte schon fortlaufen aber die alte frau rief ihm nach warum fürchtest du dich liebes kind bleib bei mir wenn du alle arbeit im haushalt ordentlich tun willst so soll es dir gut gehen bei mir du musst nur acht geben dass du jeden tag mein bett gut machst es fleißig auf schüttelst dass die federn richtig fliegen denn dann dann schneit es in der welt denn ich ich bin frau holle weil die alte dem mädchen so gut zusprach so fasste es sich ein herz willigte ein und begab sich in ihre dienste es versorgte den haushalt komplett nach ihrer zufriedenheit es schüttelte das bett immer ganz arg so dass die federn wie schneeflocken herumflogen es hatte ein gutes leben bei ihr es gab kein böses wort und die tage ja die vergingen es gab jeden tag leckeres essen und nach einer zeit bei frau holle da war es dann doch traurig es wusste anfangs selbst nicht was ihm fehlt und irgendwann stellte es fest dass es heimweh war obwohl es ihm hier zig mal besser ging als zu hause irgendwann nahm sie sich ein herz sagte zu frau holle ich habe heimweh ich habe ganz arg heimweh ich weiß mir geht es hier gut doch ich kann nicht länger bleiben ich muss wieder zurück zu meiner familie frau holle sagte ja es gefällt mir dass du wieder nach hause verlangst und weil du mir so treu gedient hast so will ich dich selber zurückbringen sie nahm es an der hand führte es an ein großes tor das tor war aufgetan und als das mädchen darunter stand viel ein gewaltiger goldregen und alles gold blieb an ihr hängen so dass es über und über davon bedeckt war das sollst du haben weil du so fleißig gewesen bist sprach frau holle gab ihr auch noch die spule wieder die in dem brunnen gefallen war anschließend verschloss sie das tor und das mädchen war wieder in seiner gewohnten welt nicht weit vom haus der stiefmutter entfernt und als es in den hof kam da saß der hoher hahn auf dem brunnen und rief kikiriki kikiriki unsere goldene jungfrau ist wieder hier da ging es hinein zu seiner mutter und weil es so mit gold ankam war das von ihr und der schwester gut aufgenommen das brave mädchen erzählte alles was ihm begegnet war und als die mutter hörte wie es zu dem großen reichtum gekommen war wollte sie dass ihre tochter ihre hässlich faule tochter das gleiche glück hatte sie musste sich auch an den brunnen setzen und spinnen damit die spule blutig war sie stach sich in den finger und ja die hände steckte sie in die dornenhecke damit blutig war dann warf sie die spule in den brunnen und sprang hinein sie kam auf der gleichen wiese an ging auf dem gleichen war war fahrt weiter und am backofen angelangt schrie das brot nach ihr ach zieh mich doch heraus zieh mich raus sonst verbrennen ich denn es ist alles schon längst ausgepacken die faule aber sagte ne ich habe keine lust soll ich mich schmutzig machen drehte sich um und ging weiter am apfelbaum rief dieser ach schüttel mich schüttel mich doch alle äpfel sind reif sie schaute sich den baum an und sagte ihm du kommst mir gerade recht wenn ich dich schüttel fallen mir doch deine äpfel auf den kopf und was ist denn wenn hier alles rumliegt nein 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 und ging weiter als sie an der tür von frau holle kam hatte sie keine angst vor den großen zähnen denn sie hatte ja schon davon gehört sie ging gleich zu ihr und ja am ersten tag war es so dass sie fleißig war sie folgte frau holle sie machte alles was sie sagte denn sie dachte auch das viele gold das krieg ich doch ganz ganz schnell am zweiten tag aber da war es schon nicht mehr ganz so sie fing an zu faulenzen und am dritten tag hatte sie gleich gar keine lust mehr sie stand nicht mal mehr auf sie machte auch nicht das bett von frau holle so wie es sein sollte sie schüttelte es nicht frau holle war bald müde und sagte ihr nein du kannst nicht in meinem dienst bleiben dieses faule mädchen war zufrieden war froh wieder nach hause zu kommen freute sich auf das tor ging mit frau holle zu dem tor und als sie darunter stand ja da kam anstatt des goldes ein kessel voll pech das ist die belohnung deiner dienste sagte frau holle und schloss das tor zu das faule mädchen kam heim und sie war mit pech bedeckt und der hahn auf dem brunnen der sie sah der rief kikiriki kikiriki unsere schmutzige jungfrau ist wieder da das pech aber das sollte an ihr hängen bleiben solange sie lebte und nicht mehr abgehen ihr lieben die märchen zeigen uns immer sehr viel auf denn es geht um spiritualität es geht um deine priesterschaft das gold und das pech das steht für viel mehr es steht dafür auch für deine gedanken wie denkst du das was du denkst siehst du an hier ist deswegen ganz wichtig für dich einfach mal zu schauen wie gehst du mit deiner spiritualität um kannst du bedingungslos die dinge annehmen und leben bist du eine mitfühlende trösterin wenn andere in not sind wo hören andere dir mal zu all das das ist so wichtig ein ausgleich sollte da sein was hier auch so wichtig ist gerade in der priesterschaft oder in der spiritualität bist du gerne alleine lieber in gesellschaft auch das sind wichtige aspekte wichtig ist auch zu schauen stärkt oder schwächt dich eine gesellschaft und was gibst du der gemeinschaft all diese punkte die solltest du dir ganz explizit anschauen denn sie sind sehr wichtig und was hier noch so wichtig ist wir haben es ja gehört gold und pech wie denkst du wie fühlst du wie spürst du all das ausgeglichen sollte es sein deswegen gehen wir heute ganz bewusst an dein herz und dein herz möchte ein was von dir hören das ist ein ganz simples kleines herzöffnungs ritual dass du immer wieder für dich anwenden kannst sage dir und deinem herzen ich liebe mich selbst so wie ich bin bedingungslos und ich liebe andere so wie sie sind bedingungslos eine sehr schöne botschaft für deine herzöffnung wir schauen heute aber noch ein bisschen mehr an denn das was wir heute uns noch anschauen wollen wir gehen in die spirituellen aspekte in die aspekte der priesterschaft all das was hier mit reingeht und die karten die ich heute für uns alle gezogen habe auch das sind besondere botschaften denn was haben wir erst hinter uns gebracht bevor wir in die raunächte sind war die wintersonnenwende die ja oftmals auch als raunacht bezeichnet wird das finde ich heute so spannend aus dem grund weil die erste karte die kam die sommer sonnenwende darstellt es geht um hochzeit vereinigung das liebe und licht ineinander verschmelzen und das sind dir du darfst dein herz öffnen du darfst in licht und liebe alles miteinander verschmelzen und das das darf geschehen das sollte bewusst werden und gerade diese besonderen braunächte die haben auswirkungen bis zur sommer sonnenwende sie bringen dich des weges entlang aber nicht nur das denn was bekommst du noch mit wir sehen hier auch noch venus in den mond zyklen also die zyklen die lebensphasen die wir haben das heißt wir laufen durchlaufen alle eine gewisse lebensphase um in die nächste zu kommen und in diesen lebensphasen sollen wir auf die liebe in unseren herzen achten und das in allen phasen des lebens wir sollen friedliche aber klare wege gehen und das in verbindung schon mit der aussicht sommer sonnenwende ist eine besondere botschaft wie wir uns ausrichten und wie viel auswirkungen diese raunächte haben ja sie gehen für das ganze jahr aber viel energie die wir hier reinsetzen da passiert etwas zum sommer hin und es hat mit der liebe zu tun wir haben hier in allen karten das thema liebe denn auch die dritte karte hier da kommt auf rodite die göttin der liebe und sie spricht davon dass der nektar der liebe harmonie schönheit sinneslust und genuss ist alles geschenke der liebe und sie wollen gekostet werden das ist die botschaft die wir hier mitbekommen es geht aber noch weiter denn diese karten die heute unbedingt hier mit dabei sein wollten für die aussichten für uns für die dinge die sich entwickeln sollen und auch spirituell das sind karten das sind schlüssel zur höheren welt und diese schlüssel haben auch immer ganz besondere botschaften denn da gehen wir in gewisse ecken der welt so möchte ich es mal vorsichtig auszudrücken ohne schon alles vorher zu verraten und da gibt es auch immer eine aufgabe der erste schlüssel den wir bekommen die mesopotamia die botschaft die hier dabei ist da geht es darum dass der hohe priester apollon mit der sonne steht er in verbindung dass er nachdem auch atlantis untergegangen ist seinen stamm nach mesopotamien gebracht hat dort ist eine kosmische pyramide errichtet worden und da wurden auch kosmische eigenschaften des wassers eingesetzt eben für die gewässer der erde um sie alle ins gleichgewicht zu bringen was fordert ich jetzt diese karte auf diese karte sagt dir bringe alle lebensbereiche ins gleichgewicht und in harmonie dass du in einer ausgeglichenheit lebst und der schlüssel für dich bringe alles im kosmos in resonanz und harmonie sehr schön die zweite karte die gekommen ist beziehungsweise der zweite schlüssel da gehen wir zu den babyloniern und auch da der hinweis als atlantis untergegangen ist hat der hohe priester horus seinen stamm nach babylon gebracht da war ein großes wissen über die jahreszeiten auch wieder die sonne die kosmischen eigenschaften des wassers und jetzt schaut mal sommer sonnenwende sonne sonne und wasser das bekommen wir hier mit an die hand wasser ist reinigen sonne das ist lebenskraft lebensenergie also wir reinigen wir klären uns und das bis in den sommer hin also eine super tolle botschaft diese karte sie fordert dich auf segne das wasser in dem du badest oder duscht oder schwimmst denn es reinigt bis auf zellebene der schlüssel für dich arbeite mit dem was die natur zum wohle aller gibt verstehe die geistigen gesetze und wende sie an das sind die botschaften für dich und das dritte was gekommen ist auch sehr passend wir gehen zu dem portal der großen pyramide und des pfinks wir gehen nach ägypten denn auch da bekommen wir eine botschaft als atlantis untergegangen ist ja da wurde die große pyramide erbaut sie ist mit sirius und mit dem orion verbunden und man sagt dass bei der sphinx der eingang zur hohlerde ist und dass von dort aus das licht durch die pyramide zu den sternen hinauf fließt und dass es auch um weisheit geht die hier mit dabei ist also die sphinx man spricht davon dass sie ein informationsportal ist und auch da redet man von der akasha chronik die dort auch mit verbunden ist also eine schöne energie die damit rein kommt und das zeigt für mich einfach wir haben hier viel sonnenenergie wir haben die wasserenergie jetzt haben wir noch die akasha chronik also dass ich uns immer mehr offenbart wohin wir uns entwickeln sollen diese karte fordert uns auf oder dich schreite eine liegende acht ab oder zeichne eine mit der absicht die kosmische weisheit zu entschlüsseln der schlüssel verbindet dich mit der zahl 8 ja wir haben aufgaben wir haben etwas zu tun an dem heutigen tag der raunacht bzw vorbereiten auf die kommende raunacht und wir dürfen uns entwickeln ihr lieben ich schicke euch für heute ganz viel licht und liebe und in diesem sinne namaste